Einmal im Jahr, in einer wundersamen Nacht, wird die Welt verzaubert von einer himmlischen Macht. Freude und Lachen erfüllen ein jedes Haus, und überall auf Erden sieht es festlich aus. Die Räume schmückt frisches Tannengrün, erwartungsvoll hängt der Strumpf am Kamin. Lichter strahlen überall, Glocken klingen hell und klar, endlich ist es soweit, ja, Weihnachten ist da.